Ich bin Rolf Hildebrandt und der Leiter der Oberen Mühli in Düberdorf. Das Kulturzentrum Oberen Mühli ist ein wunderbarer Ort zum Sein. Einerseits ist Begegnung da bei uns, kann jeder einen Raum mieten. Auf der anderen Seite haben wir viele Veranstaltungen wie Cabaret, Comedy, Tanz, Musik, Flohmerde und Ausstellungen. Heute Abend haben wir einen besonderen Abend, und zwar im Rahmen des Kleinkunstfestivals Kreuz und Quer. Ich freue mich, dass Sie da sind. Das Maskentheater kommt eine ganz neue Bedeutung über in der heutigen Zeit. Ich darf Sie willkommen heissen zum ersten älteren Abend des Schuljahres. Ich wechsle jetzt vielleicht zum Schriftdeutsch. Ich glaube, es verstehen immer noch nicht alle Dialekte. Dank Swiss Los ist es uns endlich möglich, eine tolle Infrastruktur zu haben und Technik. Das ist ganz wichtig für Veranstaltungen und auch Leute, die hier bei uns im Haus sind.